Erzählen Sie einen mehrdimensionalen Anti-Aging-Effekt mit dem MaryVital Y-Aging 3D-Firming-Booster-Serum. Unser MaryVital-Komplex mit Skin Science Technology verbindet Wissenschaft mit Natur und bietet eine hochwirksame Synergie aus Peptiden, Zirbelkiefer-Extrakt und Titlis-Gletscherwasser. Hyaluronsäure und Polulan schaffen ein unsichtbares Netz, welches die Hautoberfläche effektiv straffen kann. Ein spezieller 3D-Peptid-Komplex unterstützt die Straffung der Hautoberfläche, um Mimikfalten zu mindern. Resistem aktiviert das hauteigene Abwehrsystem gegen vorzeitige Hautalterung. Ein ausgewählter Cocktail aus Aminosäuren und stabilisiertem Vitamin C stärkt die natürlichen Prozesse der Hauterneuerung. In Kombination mit unserem MaryVital-Komplex bewirken diese Hochleistungswirkstoffe einen mehrdimensionalen Anti-Aging-Effekt. Look vital, feel vital, be MaryVital.